Fehlende Grundkenntnisse sowie Einführung von sinnlosem Gender Gaga belassen das Bildungssystem. Aus meiner Erfahrung als Lehrer kann ich das tagtäglich auch zu spüren bekommen, dass die kurslichen Klasse noch nicht mal mehr das 1x1 richtig beherrscht. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Aussage nach dem Motto, jemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Heute heißt das Motto, jemand hat die Absicht, eine Impfpflicht einzuführen.